Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 26. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1108 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Tesla, Windows XP, iPod, Apple One Premium, Fitness Plus, Updates und Umfrage. Und ja, heute ist dezent Apple-lastig, aber das sollte für den einen oder anderen eventuell kein Problem darstellen. Wir haben zum einen Tesla. Die haben innerhalb des letzten Jahres, nach eigenen Aussagen, das Ladenetz verdoppelt. Und das haben sie auf 3.250 Supercharge-Stationen weltweit ausgeweitet und da betreiben sie insgesamt 29.000 Ladesäulen. Finde ich toll, muss aber auch natürlich sein. So stark und so fleissig, wie Tesla aktuell neue Autos verkauft, könnte es sonst beim einen oder anderen Ladepunkt zu einer Problemstellung kommen. Was man jetzt aber vorhat, ist in den nächsten 24 Monaten das Ganze noch zu verdreifachen, das heisst jetzt nochmals kräftig einen obendrauf legen. Das passt natürlich zu der Öffnung, die Elon Musk vor kurzem mal gezwitschert hat. Man möchte ja Tesla Supercharger für andere Elektroautos öffnen und das würde natürlich dann ziemlich schnell ziemlich grosse Schlangen bedeuten. Und somit muss man hier natürlich ein bisschen nachlegen. Ich bin mal gestanden, ob er das Ganze einhalten kann in den nächsten 24 Monaten und eben auch wann man und vor allem wie man sich öffnet für eben andere Autos. Und gestern vor 20 Jahren kam es zur ersten Veröffentlichung, zur offiziellen Veröffentlichung. Das Experience von Microsoft, es löste damals auf technologischer Basis von Windows 2000 das Windows MLE ab. Millennium Edition war übrigens so kleiner Seitennotiz. Mein allererstes Windows, was ich selber installiert habe. Ich kam damals vom Mac her und habe mir dann da nach ein paar, circa zwei Jahren Linux Windows installiert. Ich bin nicht mal mit dem Installieren fertig gewesen, hatte ich schon den ersten Blue Screen. Und habe dann von guten Kollegen eine Windows 2000 CD bekommen. Oder besser gesagt, mehrere waren es damals, glaube ich, noch. Und ja, ich war ganz, ganz viele Jahre ganz, ganz glücklicher Nutzer von Windows 2000. Ich mochte Windows XP zum Beispiel gar nie. Gab es noch mehr Neuigkeiten dazu? Nee, nur, dass es viele Probleme gab. Damals auch mit der Aktivierung. Und dass ganz viele Menschen die ziemlich gleiche Serial Number hatten damals. Ja, damals wollte Microsoft noch ganz stark und schnell eine Verbreitung bewirken. Auch gestern vor 20 Jahren kam ein anderes Gerät raus. Und das war der iPod. Der Original-iPod, der erste iPod aus dem Hause Apple. Damals konnte man 1000 Songs auf einer 5 Gigabit grossen Festplatte, einer 1,8 Zoll Festplatte von Toshiba aufspeichern. Diese jeweils im MP3-Format mit 160 Kilo oder je nachdem sogar bis 320 Kilo Witt pro Sekunde in Grösse und mit variabler Bitrate, aber auch als WAV-Datei oder als AIV-Datei konnte man aufspielen. Ja, das war eine Revolution und hat das Ganze deutlich angefeuert. Und wenn ich heute so anschaue, wie dick das Teil war und vor allem mit was von einem Stecker, das das noch befeuert wurde, das war noch Firewire damals. Mögt ihr euch noch erinnern an den Standard? Hach, die guten alten Zeiten damals. Da gab es ja auch den Zoon von Microsoft. Oh, jetzt wird es gerade ein bisschen braun. Also von der Farbe her, logischerweise. Apple One Premium startet in Deutschland und das hätte ich jetzt vielleicht nicht als erstes der Nachrichten nehmen sollen. Genau, das ist die Möglichkeit, um mit all die Apple-Abo-Geschichten zusammenzufassen. Das heisst, zum einen Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, und so weiter und so fort. Alles in einem schönen Paket geschnürt. Startet ab dem 3.11. in Deutschland für, ich glaube, knapp etwas unter 30 Währungseinheiten. 28, ungerade etwas, dachte ich, das ist natürlich ein schöner Preis. Genau, in Euro sind es 28,95, für Einzelpersonen 14,95 und für Familien 19,95. Also die Apple One Einzelpersonen-Lizenz. Ja, wie gesagt, für Familien, sechs Leute an der Zahl, kommt das mit der 2 Terabyte iCloud-Speicher mit knapp 30 Währungseinheiten. Interessant daher, ich muss mir das mal durchrechnen, habe ich noch nicht getan. Vielleicht tut es auch der eine oder andere Hörerin hier im Podcast und kann mir dann da schon mal was ausgeben in die Richtung. Vor allem nimmt mich natürlich die Schweizer Preise Wunder, wenn das Ganze dann auch in die Schweiz kommt. Zumindest in die Schweiz kommt ja, das haben wir schon vor kurzem mal verkündet, Apple Fitness+, da freue ich mich auch sehr drauf. Auch das startet logischerweise am 3. November und dann können wir auf der Apple TV mit der Apple Watch, auf dem iPad oder auf dem iPhone oder auf dem MacBook irgendwo Fitness betreiben, wie wir dann es möchten. Auch gab es gestern als Update TV OS 15.1. Was ist da mit dabei? SharePlay kommt an. Etwas, was Apple auf iOS 15 versprochen hat, ist mit der .1-Version jetzt nachgeliefert. Das heisst, ihr und oder eure Kinder oder Frauen oder eure Männer können ab sofort zusammen mit anderen über FaceTime ein Film, eine Serie oder sonst irgendetwas schauen. Da wird sich meine Tochter auf jeden Fall drauf freuen. Schade sind die Ferien schon vorbei. Dann kam gestern Abend auch online Mac OS Monterey. Das neue Mac OS in der 12. Version. Wer es noch nicht aufgespielt hat, bitte beachtet zuerst oder schaut zuerst, ob all eure Software, die ihr nutzt, da spreche ich vor allem die Audio-Menschen unter den HörerInnen an, auch kompatibel ist zum neuen Betriebssystem, schaut, dass ihr genügend Platz auf der Festplatte habt und macht ein Backup logischerweise. Oder besser gesagt gleich zwei, dass ihr da auch ganz sicher seid, würde ich doch mal sagen. Was gibt es noch? Genau, zu guter Letzt, ich habe es gestern schon auf dem Blog veröffentlicht. Ich brauche Feedback von euch. Wir kommen der Geek Talk Daily 1111 ganz, ganz nah. Und ich habe ja mal gesagt, ich werde mir da überlegen, in welche Richtung es da weitergehen will, soll oder kann. Und wie auch immer, meine Gedanken sind schon relativ fertig oder auch nicht. Ich bin immer noch ein bisschen am Hin und Her. Ich bin aber vor allem gespannt, wie das für euch ist, was ihr dazu meint. Ne, ganz klar, meine Meinung ist fix und fertig, aber ich möchte euch dazu bewegen, die eine oder andere Rückmeldung in meine Richtung zu schicken. Am liebsten über den Kommentarfunktionen im Blog und oder noch lieber, und das dient dann schlussendlich allen, über eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, denn da bringen die Sternchen und die Kommentare, die ihr hinterlasst, dem ganzen Projekt etwas. Es gibt dem nämlich Sichtbarkeit. Wenn ihr also möchtet, gerne schreibt mir eben übergenannte Wege. Es darf auch eine E-Mail sein oder ein Social Media Post, was auch immer. Ich bin gespannt, was meint ihr? Sollen wir das Projekt noch weiterführen? Habt ihr Lust darauf, morgens jeweils ein bisschen Technikneuigkeiten zu hören? Ihr dürft mir auch gerne mitteilen, wo und wie ihr das Ganze konsumiert. Es würde mich einfach mal Wunder nehmen. Es tun ja einige von euch immer wieder und regelmässig sowieso, aber vielleicht genau du noch nicht. Dann tu das doch bitte. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, genug der Eigenwerbung. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.